Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Haben Sie Kinder? Nein. Ich denke, es ist nicht ganz das, was wir suchen. Der Kerl war sowas von schräg. Warte. Nein, nein, das ist nicht der richtige Weg. Doch, auf der Straße sind wir gekommen. Wieder Nummer 9. Sind wir gerade in der Schleife gefahren? Was ist das für ein Scheiß? Soll ich fahren? Weil ich denke, das ist doch alles gar nicht möglich. So einen Scheiß gibt es doch nicht. Komm, wir können uns doch nicht den Weg rausversperren. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Was passiert hier? Vielleicht lassen Sie uns gehen. Was, wenn die nicht kommen? Was machen wir dann? Einfach rumsitzen und darauf warten, dass man stirbt? Okay. Sieh dieses Kind groß und ihr seid frei. Es ist ein Junge. Okay. Wir wollten doch nur ein Zuhause. Hier ist dein Zuhause. Gruseliger, kleiner Mutant. Gruseliger, kleiner Mutant. Ja, wie ist dein Zuhause? Ich weiß, was ist графisch. Ich weiß nicht immer noch. Wenn das ist, dass er das nicht unbedingt war, ist. Es ist kein Zuhause.